So weiter geht's mit Need for Speed Rivals. Wir machen heute noch mal ein bisschen Kupst, was so Bologna macht. 60.000 H. Ja, das kriegen wir hin. Das geht schnell. Waves aufhaften und bla. Supernahmfälle Seitenslams. Das kriegen wir vielleicht mit einem Rennen hin. So. Was müssen wir dann fahren auf jeden Fall? Das Scepter, glaube ich, war das. Ja, ich werde das B sein. Genau, das waren wir liegen da oben. Wir bleiben bei dem Auto. Bin ich zufrieden mit? Ja, jetzt war ein Hauptwitz. Ja. Na gut, 5, doch mal Racer-Aften. Mit so lieb. Die Einladung des Seitenslams sind noch mit der Seite an. Genau, er fährt dagegen, fährt weiter und ich fahre dagegen und fahre zu Küche. Alle Einheiten, Achtung, haben Sie wieder erfasst und setzen Verfolgung fort. Verdächtiger durch Straßensperre gefahren. Ich brauche hier Hilfezentrale, bitte Straßensperre. Alle Verfolgereinheiten, Achtung, Straßensperre in aktueller Richtung gebildet. Verdächtiger hat Straßensperre gefahren. Over. Aber ein 1044 attackiert. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Hier. So, den hole ich mir auf den Falle. Geil. Geil. Ferrari. Erledigt. So, vier Racer fehlen noch. Da ist der nächste noch. Naht. Naht. Einheitliche Unterstützung leisten. Auf Zentrale gebe 1041 Lichtsignal. Er hält nicht an. Geh auf kurz. Acht. Zehn. Vier. Habt ihr eine Beschreibung des Verdächtigen? Ok. Melde. Kurze Einverfolgung eines Ferrari Enzo. Zivilfahrzeug in Kollision verwickelt. Scheint nur Blechschlafen zu sein. Zur Folge immer noch die Racer. Oder mit 1037. Der Sack hat Doro. Acht. Roger. 1037 ist auf den Weg. Die 1 linken Sex. Habe die 1044 in Sicht. Und schließe mich den Ansatz an. Ich brauche mehr Hilfe. überhandelt haben wir schon weg weil ich zählen wir mit drei jahre nicht schön der von mir der kollege da vorne bei mir ich habe richtig schöner licht das ist ja und die 60.000 körper haben auch fast fertig Officer meldet Sichtkontakt zu Racer und verfolgt ihn Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an Zentrale setzt die Verfolgung fort und fort mit Helikopter an, Code 3 1037 Anforderungen verstanden, Einheit im Anflug Bedächtiger zu Schild, Bedächtiger zu Schild R14 an alle, sind über dem Ziel 44 und haben ihn in Sicht R14 meldet, Nagelmann erfolgreich R14 wieder in Sicht, alle Einheiten, aktuelle Positionsdaten auf MDC Zentrale, wir brauchen Einheiten für Trastenschmerzen Achtung, Einheiten rücken vor und blockieren die Straße vor Code 3, over Auf einer der Ziel 44er geht man durch die Lassen Das war der Check Der ist weg Der folgt jetzt der nächste Vierer Wie kommt ihr denn so schnell der Code-Bahn? Er hält nicht an, Code 3, Code 3 Ach, nicht verstanden, Einsatzleitung genehmigt Code 3 Einheiten werden informiert Zentrale verfolge Wäse und Verdächtige, geschickt um Luftunterstützung Achtung, R1 auf dem Weg zu eurer Position Wir haben Sichtkontakt zum Racer Sichtkontakt zum Ziel, Sie in Türen führen sich verloren Das fehlen immer noch Frächer Ansonsten machen wir das jetzt anders Ein Racer hat gerade einen Blitzer ausgelöst Alle Einheiten nähern und abfangen Zentrale, der Einsatz ist abgeschlossen, wir haben den Verdächtigen Ich bestätige die Festnahme, Code 3 wurde registriert Achtung, Fahndung eines 1044 Alle Einheiten abverfahren Weil ich keine Rezeptor fahren will, sondern Na gut, bis Süd ist in die Meere und Meere Die Verfolgung läuft An alle Einheiten verfolge Verdächtigen Code 1044 Alle Auflöses in der Nähe bitte melden Zentrale, haben das Fahrzeug zum Stehen gebracht Verdächtiger wurde festgenommen Der Terremark hat diesmal nichts geklappt Nicht geklappt Da hab ich mich diesmal beruhigt Jetzt beginnt der Aufnachsatzbeschädigungsantrop Drüber auf Sie zerstören öffentliches Eigentum in Ihren Autos verfügbare Einheiten melden Zentrale, Kontralverdächtige verhält sich aggressiv gegen Polizeieinheiten Achtung, Verdächtigen vorsichtig annähern Zentrale braucht ein Helikopter hier draußen C4, Luftunterstützung im Anflug Zentrale, Verstärkung verfügbar Acht verstanden, Verstärkung von anderen Einsätzen abgeflogen Seite durchgegeben Over Alle Einheiten Achtung Bezugung eines 1051 Officer fordert Verstärkung an Bisher benötigt Verstärkung bei High Speed Racer zur Folge an alle Einheiten eingreifen Zwei fehlen uns noch Zwei fehlen uns noch Achtung, Control, Verfolge einen Verdächtigen C44 in der Nähe Zentrale leitet Verfolgung des Verdächtigen ein Achtung, Control, Verfolge einen Verdächtigen C44 in der Nähe Zentrale leitet Verfolgung des Verdächtigen ein Ziehe wiedergefunden, Verfolgung aufgenommen So... Der vorn fahr doch nicht in mir in die nähe mann den hat er aber gespürt auf kontrol 1044 verteidigt sich mit allen mitteln bleib auf gott rein auf zweitens ziehe ich verfolge jetzt zwei rafeln ich habe mich erwischt Alle Einheiten, verfolge einen 10-41 auf Kingfisher Road. Könnte ein Code-3-Ansatz sein. Sie verdächtigen sich das alles, Carl. Brauchen Luftunterstützung, um ihn zu verfolgen. Over. 10-37 Anforderungen verstanden. Einheit im Anschluss. Der ist weg. Scheiße. Hat er klug gemacht. Oh, der ist auch los. Nagelbandangriff erfolgreich. Viel wird langsamer. Achtung, Verdächtiger hat einen Reifen verloren. Zentrale, haben Verdächtigen wieder in Sicht. Achtung, die Reifen des Verdächtigen sind platt. Racer ist fahremsüchtig, haben jede Menge Trimmer hier, Zentrale. Vorzure Räumdienst an. Oh, ich hab das auf jeden Fall reingehört. Hauptzentrale, verliere den Kontakt zum C-44. Ach, verstanden. Spressur zu zusammen. Over. Na, das ist bald der eine. Schwierig. Der Porsche. Achtung, verstanden. Alle Einheiten. Verfolgung gescheitert. Sucht nach Geflüchteten C-44. Hm. Okay, events. Geschickter Schuss. Schickter Schuss. So, wir zerführen uns noch. Papier-Süch. Zwei brauchen wir. Zwei von denen brauchen wir. Dann haben wir es. Der Porsche hat so viel dick ausgehoben und das sind meine Reifen. Das war der erste. Der Speed jetzt abgescharbeitet, hoffe ich hier gerade einen Abflug machen. Warte mal, da war der Kommandeposten. Schaut auf die Speed jetzt. So, nehmen wir das mit. Ich glaube, der Speed ist ein Viertel, 14 Minuten. Was haben wir jetzt bekommen? Ich dachte, Lambo genau. Der letzte Schritt zum VRT. Wir werden bewaffnete Reiter sein. Okay, zwei Treffer mit dem Nagelmann, ich brauche Nagelmann und ne ESF auf jeden Fall. Okay. 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 Wir werden mit dem Umwelfortham unterziehen. so hier treffen wir im sf2 mit dem nagelband, gold bei interceptor, gold bei adfizid gut ich kriege hin und die 75.000, naja das können wir schon irgendwie hin wollen wir mal feierabend kommen